Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den News. Ja, da ist der Monat schon wieder fast rum vom neuen Jahr und ja, meine zweiten News jetzt dieses Jahr sind viele Neuigkeiten heute und beginnen wir mal direkt erstmal wieder mit einem herzlichen Dankeschön für die vielen Kommentare und Klicks, die ihr auf meine Videos immer lasst. Da freue ich mich mal ganz besonders und ja, dass die Projekte im Prinzip ganz gut ankommen bei euch. Ich habe ja letztens eine Lampe gebaut, ja gut, ist jetzt natürlich ein bisschen eigenwillig, drechseln und ja, designmäßig, aber ja, ich sage mal, ich mache halt nur mal Projekte und da kommt auch sowas mal rum, das entspringt mir immer so im Kopf und das möchte ich dann ganz gerne machen und ja, so entstehen halt auch meine Videos und das gleiche mit der Kiste. Hat mir viel Spaß gemacht, die Kiste und ich finde die auch wunderschön geworden. Wer das Video noch nicht geguckt hat oder die beiden Videos, ja, schaut mal einfach auf meinem Kanal oder ich kann die auch nochmal hier oben links verlinken. Ja, dann habe ich schon ganz viele Anfragen bekommen, ob ich denn auch in Köln auf der Eisenwarenmesse wäre und ob ich auch auf der Holzhandwerk bin. Ich bin auf beiden Messen. In Köln werde ich wahrscheinlich entweder Montag oder Dienstag sein, vielleicht auch beide Tage, muss ich mal gucken. Und auf der Holzhandwerk bin ich Freitag und Samstag. Ja, dann werden wir uns da auf jeden Fall treffen. Da werde ich aber auch nochmal was in den News zu sagen, weil Samstags bin ich auf jeden Fall am Klemmenseerstand. Uhrzeit steht noch nicht fest. Freitag muss ich mal gucken. Da ist auch was geplant, aber es ist noch nicht spruchreif. Von daher werde ich das auf jeden Fall in meinen nächsten News dann erfahren. Ja, dann war ich für euch in Frankreich und zwar habe ich dort ein Produktionsvideo drehen dürfen. Wie Sägeblätter hergestellt werden. Steele ist ja mein neuer Partner und die haben mich eingeladen, einmal um so einen Sägeblattkurs mal mitzumachen, wofür welches Sägeblatt ist, warum man wirklich verschiedene Sägeblätter nutzen sollte. Und ja, da hatte ich mal nachgefragt, ob ich denn auch die Produktion zeigen könnte oder filmen dürfte. Ja, da ist natürlich ein richtig cooles Video rumgekommen. Das kommt jetzt Freitag, 19 Uhr. Also ich war richtig froh, dass ich da die Produktion filmen durfte. Sind natürlich nur Close-Ups, also keine ganzen Maschinen und die Halle nicht. Aber der einzelne Prozess, wie ein Sägeblatt hergestellt wird, wird da komplett dokumentiert. Und der Nathaniel, der mit mir auch noch zwei weitere Videos gemacht hat. Es gibt noch zwei Anwender-Videos, wo man darauf achten sollte, wenn man zum Beispiel sich eine Tischkreissäge kauft, welche Blätter man nutzt. Und danach haben wir nochmal ein Video gemacht für Sägeblätter im handgeführten Betrieb. Das heißt also, in einer Kappsäge, ja, handgeführt ist jetzt die Kappsäge nicht. Aber in Kappsägen und in handgeführten Geräten, also in einer Tauchkreissäge, wo drauf man da achten sollte. Und ja, da gibt es dann auch nochmal zwei Folge-Videos. Anfangen tun wir diese Woche mit dem Produktionsvideo der Sägeblätter. Bin ich gespannt auf eure Kommentare. Und auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön an Steele und Leuko, die mir halt die Videos ermöglicht haben. Und mit Nathaniel an der Seite habe ich einen wirklich kompetenten Partner gehabt, der, ich sag mal, ich glaube, alles über Sägeblätter weiß. Und auch den Nathaniel möchte ich von dieser Stelle nochmal herzlich grüßen. Ja, und dann ist auch was ganz Witziges passiert. Der Matti von Clemsia hatte mich angerufen. Ah, Andi, ich habe einen Fehler gemacht. Und was soll ich jetzt machen? Ich war so in Gedanken, er musste Zwingen machen und hatte aber noch mein Logo in der Printmaschine, aber mit der roten Farbe. Dabei sind dann diese Zwingen rumgekommen, mein Logo in der roten Farbe. Ich sag, das ist doch ganz cool. Und meine Frau, also die Tonja, sagte, ja, soll er doch vorbeischicken. Können wir doch verlosen. Das ist doch eine ganz coole Sache. Ja, somit habe ich jetzt die fünf Zwingen hier. Also fünf Zwingen hat er gemacht, bevor er es gemerkt hatte. Er guckte, irgendwie sieht das komisch aus. Ja, sicher, ist nicht schwarz oder ist kein Clemsia-Logo, weil es rot ist. Und ja, die fünf Zwingen möchte ich ganz gerne verlosen. Schreibt unten in die Kommentare. Hashtag Clemsia. Und ja, dann der Zufallsgenerator sucht sich wieder einen aus. Und dann schicke ich euch die. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende der News. Also heute mal kurz und bündig. Wie gesagt, hier Hashtag Clemsia. Ach, habe ich ganz vergessen. In den nächsten News, nicht die nächsten, sondern die übernächsten News, also die ersten News im März, da werde ich auch Sägeblätter verlosen. Und zwar für Tischkreissägen. Müsst ihr dann dabei schreiben, ob ihr 254 braucht oder noch ein anderes Maß. Und zwar einmal ein Holzsägeblatt und einmal ein Plattensägeblatt. Weil es gibt da wirklich Unterschiede. Die Plattensägeblätter, die sind da anders bezahnt. Die haben Trapezform und Flachzahn. Auch wenn ich das noch nicht viel sagt. Mir hat es auch nicht viel gesagt. Und die Holzsägeblätter, die haben meistens Wechselzahnsägezähne da drauf. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal zwei Sägeblätter verlosen dürfen. Und ja, müsst ihr einfach mal die News gucken. Dann seht ihr, wann die verlost werden. Ja, wie gesagt, diesmal ziemlich kurze News. Aber ich denke mal, recht informativ. Es kommen richtig coole Videos und Projekte mal wieder von mir. Wie ihr es von mir gewohnt seid. Natürlich nichts Alltägliches, sondern auch schon wieder ein bisschen spezieller. Aber ich gucke auf das Projekt. Und da baue ich jetzt schon anderthalb Wochen dran. Also seid gespannt auf die nächsten Videos. Freut euch auf die Sägeblatt-Videos und die Anwender-Videos, Produktions-Video. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Habt noch eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020